Willkommen zu einer neuen Runde Friday the Thirteenth André ist raus Sascha, Carsten und ich machen noch weiter Ja Coole letzte Runde Sascha und ich haben uns aus dem Stopp gemacht Und jetzt muss Carsten aber auch mal flüchten Carsten, ich tue jetzt alles Um dir zur Flucht zu verhelfen, es sei denn du bist Chase Ja, ich bin ja schon mal mit dem Auto geflogen Stimmt So ist ja nicht Schlimm, stimmt So, wir drücken immer noch die Daumen für Sascha Sascha war noch gar nicht Jason in der jetzigen Aufnahmesitzung Ne War ich auch schon länger nicht mehr, muss ich ehrlich gesagt Gestehen Dann kommt der Lila nicht so oft Ach, du hast den Lila Lumpen Ja Bunter Jung Mit dir haben wir schon mal gespielt Da bin ich mir ganz, ganz sicher Stimmt, ja Bin ich's Wenn, wenn, dann mach ich nur die Kopfhörer raus, ja Dann nehm ich euren Ton auf, ok Ok Na, ich bin's aber nicht, scheiße Aber ich kann gleich Tommy rufen, ich bin bei Tommys Haus gespawnt Also bei dem Funk Haus Aber das möchte ich unbedingt mal machen, sodass ich mir dann im Nachhinein anhören kann, wie ihr gesprochen habt, während ich Jason war Ja, das, das ist bestimmt cool ist Äh, sollte man öfter machen Oh, geil You have to come to Camp Crystal Lake, bring a gun Oh Gott, he's killing us Jason's alive Please, help us Ok Ok Jason ist, äh Ich hab die Schraube Oh, geil Tommy ist informiert Super, Tommy ist informiert, ich such jetzt nach Sprit Und das Boot ist noch nicht mal weit weg Moment, bin ich hier reingekommen? Ja Oh, ich hab ne Karte Scheiße Ich hab die Batterie gefunden Ok Auch nicht schlecht Sascha, bist du bei Flat Rock? Ich bin genau Wie heißt das da unten? Trial, trail, trail Äh, Sandpond Trail Genau Du hast aber kein Kreis Das ist ja witzig Nee, nicht direkt da, aber in dem Haus Ja, dann, ja, ok Dann bin ich in dem Haus neben dir Aber da warst du wahrscheinlich schon, ne? Ja Scheiße Bist du grad zwischen den Häusern? Nein Ok, dann bist du das doch nicht Ich bin im Haus Hier ist ne Flair und ein Baseball Schläger Hier ist ne Flair und ein Baseball Schläger So, scheiße, ich weiß nicht wo ich hin soll Da Gehe ich zu den Häusern Ah, hier war ja schon, hier hat der Licht ausgemacht in der Nähe, zumindest Wer hat die Schraube? Wer hat die Schraube? Sascha, ne? Ich, ja Ja, hier war schon jemand drin, Tür ist offen Und hier sitzt da ist schon Sprit drin Oh Ich bin mal gespannt, ob die Batterie ist nicht mitgenommen Ich bin mal gespannt, ob die Schraube Ja, ob ich die Schraube jetzt einfach anbringe? Hm, will ich nicht machen Ja, ich weiß, aber Ja, der hat die Batterie mitgenommen, ok Das Boot ist ja ziemlich weit weg Mhm Aber ich finde es unfair den anderen gegenüber, dann kannst du mal mitschleppen Ach komm, als wenn die anderen das anders machen Hast du Tommi gerufen? Tommi ist gerufen, ja Und in dem Haus war auch nichts, ne? Kannst gerne mal gucken, für den Fall, dass ich was übersehen hab Ah, Tommi ist schon da, der ist mit hier im Haus Oben drüber ist ja auch Ah, ich baue jetzt die Schraube ein, was soll das? Nein, mach das nicht Was soll ich denn jetzt beim Auto? Beim Auto? Ok, dann haue ich da ab Ich bin ganz in der Nähe Ok, Tommi begleitet mich, finde ich, äh, ja, ist ne coole Nummer Hauptsache, er schießt nicht auf mich Ok, das Fenster auch mit dem Auto beschäftigt Oh, hier war er schon, scheiße Oh, hier ist ne Leiche, scheiße Oh, hier ist das Haus, das Haus mit der Sicherung hab ich gefunden Ok, das ist, ähm, direkt über dem Boot Das erste Haus, was, was über der Straße ist Ja, kann man schlecht beschreiben Ja, ich hab immer noch keine Karte, das ist echt doof Mist, ich finde das blöde Benzin nicht Ne, das ist auch echt Das Auto ist schon stark, dann muss aber jemand noch den Schlüssel haben Oh, Tommi, geh mir aus dem Weg, du Idiot War schon jemand in der Lodge? Hm, ich nicht Lauf mal langsam in die Richtung Oh, zick Karten, ich brauch keine Karte Und ich hab gar keine Business gefunden Oh, Tommi, kannst du vielleicht mal in ein anderes Haus gehen, du Idiot Ich hab das Benzin Ja Sehr gut Ähm, das ist auch in dem Haus, ganz oben Das muss nur jemand mitnehmen, weil ich hab die Schraube Ok, wo bist du? Sag mir wo Wo bist du denn? Ähm Wie heißt das? An der Ecke Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ja, was mit Porn? Hotzen, Porn? Oder so ähnlich? Unter den Lodge Hotters Path, Hotters Path, okay Lauf ich hin Das ist übrigens in Anlehnung an Kane Hodder Der einige Teile, in einigen Teilen Jason gespielt hat Ja Ich warte hier im Haus Ja, ich komm Allerdings bring ich, äh, Tommi mit Ja, das ist mir scheißegal Dann geh ich schon mal zu, also es ist direkt beim Kamin Okay Ich geh dann schon mal zum, äh, Boot Ah, er ist hier, er ist hier, er ist bei dem Haus Ah Ich geh zum Boot Ja, ich komm mit, Sascha, dann Aber Sprit fehlt noch, das ist da auch Das ist in dem Haus drin, beim Kamin Ich bin beim Kamin, hier ist, äh, da Oh, fuck Und dann direkt zum Boot launchen Oh, mein Gott, ich kann nicht schauen Hat jemand die Sicherung? Nee Okay, hier muss nämlich auch die Sicherung rein Ich komm zum Boot Ja Ich hoffe, ich schaff's Oh, da ist noch jemand auf dem Weg zum Boot Ich bin's Achso Er ist hier, er ist hier, er ist hier, er tötet mich, er tötet mich Ich bin tot Direkt auf der Hauptstraße zwischen dem Haus, wo das Benzin drin war und dem Boot Direkt in der Mitte Achtung, Achtung Ach, fallen Ah Ich sag's so früh über Scheiße Hab doch gesagt Ja, ich weiß Okay, habt ihr mitbekommen, wo es liegt? Ja 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 Ah Oh, fuck Oh, nein Oh, fuck, ey Oh, fuck, ey Ich hab' ein Messer Wenn hier mal weg fliegt Folgt er mir ja Oh, nein Sascha Was jetzt denn? Er ist in die zweite Falle gelaufen Ah Okay, Carsten, deine Chance Er killt gerade noch Sascha Ja, wo liegst du denn jetzt? Auf der Hauptstraße direkt Da, genau da, ja Oh, mein Gott Ich hab dich schon gesehen, ja Erste Hilfespray kannst du auch mitnehmen Schenk ich dir Oh, sehr gut You died a lot, hab ich grad ne Trophäe bekommen Ja Scheiße, ich kann das Erste Hilfespray nicht mitnehmen, aber Mist Ich muss erstmal weg, sonst Okay, ihr seid nur noch zu zweit Oh, 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 deine Chance Sie geht gerade in Jasons Hütte Warte ganz kurz Bewegt dich schon mal langsam Richtung Boot Sie steht vor Jasons Hütte Und geht jetzt rein Da kommt er bestimmt hin Sie hat den Pullover Okay Oh, hier sind die Wagenschlüssel Die Qual der Wahl Oh, scheiße Wie schnell steht der irgendwie auf? Ja, der steht Der hat, äh hohe Stun Resistance Der kann ganz schnell wieder aufstehen Ja, scheiße Das war's Ja Der kann kaum noch laufen hier Sie steht mit dem Pullover einfach nur so im Haus Jetzt bewegt sie sich Jetzt bewegt sie sich Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Ah Mist Ja, das Mädel hier sucht gerade bestimmt Sprit Oh Gott, er zerdrückt Carstens Kopf Brutales Schwein Oh, scheiße Ist das ein totes Körper? Ja Das ist ein totes Körper So, vielleicht kommt jetzt hier endlich mal Tom Ach ne, Tommy ist ja schon tot Scheiße Okay Dann haben wir jetzt nur noch das Pullover Girl Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Das ist nicht so clever, ne? Sie hat den Pullover Warum versteckt sie sich denn unter dem Bett? Ja Das war's Keine gute Runde für die Kanzler Oh, oh Nö You've done your job well And Mommy is pleased Come home, sweetie Ja, das war nicht so erfolgreich.